Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielverstellung von Fußball-Quizspiel. Und damit herzlich willkommen zur Spielverstellung von Fußball-Quizspiel. Boah, ein Sportspiel, ein Spiel rund um den Fußball. Ja, nicht jeder mag solche Themen. Es gibt bunte Themen, aber wir gehen regelmäßig zum Fußball. Wir gehen regelmäßig ins Stadion und wir spielen gerne. Boah, das muss doch das perfekte Spiel überhaupt sein. Schauen wir einfach mal. Ich zeige euch auf jeden Fall in diesem Video den Aufbau. Ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es ein Fazit. Ein Spiel aus der Reihe Kicker Kids aus dem Hause Kosmos. Ab 8 Jahre für 1 bis 4 Kinder steht hier auf der Seite. Ein bisschen ungewohnt. 8 Jahre ist ja eher ein Familienspiel. Es können auch ältere Jugendliche mitspielen. Das ist durchaus ja auch was für Erwachsene. Ja, später mehr dazu. Wir spielen hier auch gegen das Spiel. Oh, kooperativ. Naja, manche Fragen ist ja ein Quizspiel. Muss ich schon für mich lösen. Ansonsten sieht man ja hier mit dem Marker. Das ist der Marker für den Gegner, praktisch für das Spiel. Das ist unser Marker. Und so rückt der Marker voran. Startziel abhängig von der Spielanzahl. Deswegen der Aufbau. Wir versuchen mit unserem Marker durch das korrekte Lösen der Fragen schnell ans Ziel zu kommen. Als der Gegner das Spiel. Ja, und jetzt ist die Frage. Sind jetzt die Fragen schwer? Und was muss man hier überhaupt machen? Ja, als Einstieg fand ich es gut, dass es hier gleich vorneweg heißt. Wisst ihr, welche Rückennummer Christian Rolaldo hat? Ja, ich weiß es. Wann Deutschland das erste Mal Weltmeister wurde? Eins bis vier Kinder. Naja, etwas schwierig für die Kinder. Aber das letzte vielleicht. Oder wie viele Menschen ins Olympiastadion in Berlin passen. Ja, das weiß ich auch, weil ich war auch schon dort drin und habe mir das Spiel oder das ein oder andere Spiel angeschaut. So ist der Aufbau. Die Lösungskarten, die legt man zur Seite. Die Joker-Chips hier und den Würfel hier. Dann sind hier die Karten. Es gibt hier Karten mit echt jetzt und es gibt hier normale Standardkarten. Und das ist das Lösungstableau. Wenn man also dran ist, würfelt man mit diesem Würfel. Und der Würfel zeigt an, um was für eine Kategorie es geht. Das heißt Rot, Grün, Gelb oder Gelb-Orange beziehungsweise Blau. Aber es gibt hier ja noch Weiß. Ja, Weiß ist super. Weiß ist Joker. Da darf ich mir was aussuchen. Und was ist Schwarz? Schwarz ist echt jetzt ein paar besondere Karten, wo auf der Rückseite gleich die Lösung steht. Bei den normalen Karten ist das nicht der Fall. Habe ich also jetzt hier zum Beispiel Gelb beziehungsweise Orange gewürfelt, geht es um die erste Frage. Und die mein Mitspieler, man kann drei umspielen, abbeantworten muss. Naja, passend vielleicht. Ich denke, das wissen die meisten von euch. Wer sich mit Fußball ein bisschen auskennt. Welche Vereinsfarben hat Borussia Dortmund? Ja, du brauchst gar nicht das Tableau nehmen. Das weiß ich sofort. Ja, ist doch auch eine Möglichkeit. Naja, das Tableau muss ich auf jeden Fall nehmen, um die Lösung herauszubekommen. Wenn man sich jetzt da gar nicht auskennt, ich zeige es euch. Aber vielleicht will man gar keine Auswahl und hat sofort die richtige Lösung parat. Dann darf man sie gerne nennen. Und bekommt vielleicht den ein oder anderen Joker-Chip, den man einsetzen kann, um sich beispielsweise, wenn man den Joker einsetzt, mit seinen Mitspielern zu besprechen. Ansonsten geht es um die Frage. Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, Schwarz-Weiß. Hm, was ist das jetzt? Gelb, beziehungsweise die Zahl 5 steht dabei. Dann nehme ich mir die Karte mit der 5. Und dann nehme ich mir mein Tableau, beziehungsweise das Tableau, was beigefügt ist, und lege das so drauf. Wir sind bei der 5. Und hier steht 5 und in der Farbe Blau. Es ist also B. 5, B. Und die richtige Lösung ist also Schwarz-Gelb. Naja, ja, das war nicht schwer. Aber es war jetzt nur Zufallkarte. Es gibt bei weitem noch ein paar schwierigere Karten. Muss man einfach schauen, was da kommt. Und so zieht ihr voran. Legt die Antwort falsch? Ganz klar. Dann zieht das Spiel. Unser Gegner zieht auf den jeweiligen Feld dann voran. Wir gewinnen, beziehungsweise wir verlieren gemeinsam. Und um das geht es in diesem Spiel. Und entweder kann man Glückwunsch sagen, ihr habt es geschafft. Oder ihr versucht nochmal eine Partie, um gegen das Spiel zu gewinnen. Und damit bin ich beim Fazit. Fußball-Quizspiel. Ganz klar ein Spiel, was sich an die Fußballfans richtet. Sonst hätte man das auch Titel nicht gewählt. Fußball interessiert sollte man sein. Sich zumindest ein bisschen auskennen. Und dann gewinnt man gegen das Spiel. Ja, das ist Ziel. Spielen wir jetzt kooperativ. Teils kooperativ. Die eine oder andere Frage müsst ihr beantworten. Wenn ihr Joker habt, könnt ihr euch absprechen. Aber Ziel ist es, dass ihr gemeinsam gewinnt oder verliert. Wie es beim Fußball auch der Fall ist. Und Fußball-Quizspiel ist ein Spiel, was sich nicht nur an die Ab-8-Jährigen richtet. Und nicht nur an die 1-4 Kinder, wie es hier drauf steht. Sondern es ist ein Spiel für die Familie, für die Fußballfans, für Jung und Alt. Vielleicht auch für die eine oder andere Erwachsenerrunde. Wenn ihr gerne spielt und euch für Fußball interessiert. Und wer mich kennt, der weiß ja, ich bin ja oft im Stadion unterwegs. Da passt für mich doch. Ich höre jetzt beides zusammen. Ja, Spiele, Leidenschaft und Fußball. Was schon fast einen höheren Stellenwert hat als die Spiele. Glaubt man kaum, ist aber der Fall. Ein gutes Quizspiel. Ein Mitbringspiel, wo ich mir vielleicht ein paar Fragen mehr gewünscht hätte. 50 doppelseitige Karten sind dabei. Jeweils vier Fragen. Ein bisschen mehr wäre schön gewesen. Aber man muss auch mal das kompakte Format sehen. Es ist jetzt keine 30x30 Box. Da wären es dann vielleicht 200, 300 Fragen. Es sollte ein leichtes, schnell gespieltes, geselliges Fußballquizspiel sein. Und genau das ist es. Es erfüllt seinen Sinn und Zweck. Und wir haben es jetzt schon das eine oder andere Mal auf dem Tisch gehabt. Mit Fußballinteressierten. Alles andere macht auch keinen Sinn. Und da kam durchaus Spaß und Freude auf. Und man merkt bei der einen oder anderen Frage, wie bei vielen Quizspielen, das eine stuft man ein bisschen leichter. Das andere etwas schwieriger ein. Aber das ist einfach so. Und genau deswegen ist es für mich eine Zielgruppe für Jung und Alt. Am besten mit Jüngeren, mit Älteren gemeinsam spielen. Und dann hat man eine schöne gesellige Zeit. Das ist, das will es sein. Und das Spiel bekommt ihr teilweise im Handel oder über die unten genannten Links. Ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns ja automatisch. Die Entscheidung für und wieder, die trifft wie immer ihr am Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.